Wir gehen direkt zum Medic, Gehla. Ah, okay. Rechts, dann hier dann die Treppen hoch, direkt links runter. Aha. Dann kannst du hier hinten einmal ganz geradeaus durch links ist meistens was am Liegen. Geradeaus durch? Und dann links hier, die ist verschlossen, also nur zu. Ah, okay. Genau, da liegt meistens Melkstaff, wenn man es findet. Da liegt natürlich quasi nicht. Ansonsten oben in dem Raum, direkt gegenüber von den Treppen. Ich guck mal ganz schnell unten, was ich hier finde. Ja. Da. Da rennt was. Ja, ich bin das. Achso. Ne, hier ist nichts. Ich muss nur noch eine Etage runter gehen. Okay, kommt gerade was zu uns. Von unten. Bist du unten? Ich bin unten, direkt gegenüber von den Treppen. Okay. Ich setze mich mal hier oben auf die Treppe, oder? Ne, ist auch nicht gut. Da liegen. Hast du gerade was aufgehoben? Ne, ne. Da ist hier auf jeden Fall jemand. Du machst nichts auf? Ne, ne. Ich sitze auf der Treppe ganz unten. Ne, ich weiß wo der ist. Der ist unter uns. Okay. Ah, da unten hätten wir auch gucken können nach dem Stim. Genau, der ist nämlich jetzt gerade da. Mhm. Wir warten bis der weiter geht und dann schießen wir den hinten im Rücken. Okay. Weil der läuft dann gleich die Rampe runter. Ich geh schon mal auf ganz Schleicher hier runter, okay? Um wie weit ich es schaffe. Also, ich höre dich nicht. Es sind zwei. Da steppst du gerade. Ne, ne. Da ist es zwei. Bist du hier oben? Ne, ich schieße alles gut. Ich sitze auf der Treppe. Okay. Hast du den? Ne. Aber der hat Hits. Granate, gib doch den in den Raum rein. Okay, das war's für den. Okay. Einer ist noch links im Gang. Da näh dich jetzt auch einmal rein. Okay, warte. Ich muss flügel. Der hat auch harte Hits. Ich bin empfindlich getroffen worden. Okay. Ich muss mir erstmal kurz Thorax retten. Soweit ich höre, dass der hilft, greife ich ihn an. Ja. Halt du dich in Ruhe, ich gehe direkt neben dir. Okay. Hab ich. Sehr nice. Und dann kommt ein Skeff von unten und haut mich hier fast tot. Ach du Scheiße. Ich muss jetzt einmal nach oben, du musst mich kurz covern. Ja, warte. Ich bin auch noch am fliegen. Oh, komm hoch. Komm hoch. Ich geh hier links direkt rein, wenn man die Treppe hochkommt. Ist der Skeff tot? Der Skeff ist tot, alles ist tot unten. Okay. Die beiden wussten auch nicht, was passiert. Nee, die waren völlig übermannt. Ich glaube, der eine hatte eine gute Weste sogar an. Der hat ordentlich vertragen. Jo, der hat ein ganzes Mac fast gefressen. Mhm. Ach, setz mich an der nächsten Löcher. Da ist zum Glück eine 20. Du selbst? Ja. Okay. Wir haben doch schon mal den dritten oder den vierten verstandert. Echt? Geil. Ich guck mal runter. Ja. Sehr vorsichtig, die könnten hochkommen, weil die uns gehört haben. Ich geh direkt nach unten gucken, dass uns keiner hinterläuft. Okay, hier sieht es erstmal sauber aus. Dann guck mal, was die beiden Brüder hatten für uns. Hab ich denn umgelegt? Er hat eine Auge. Oh, du hast den umgelegt. Mh. Hab ich überhaupt einen umgelegt? Mh, nein. Mh. Beide. Okay. Kannst ruhig nehmen. Nimm alles, was er hat. Nimm alles, was er hat. Harunka. Gerne, gerne, gerne. Da ist hier noch eine Viererweste. Und einen Helm kann ich dir auch noch anbieten. Einen Helm hab ich, der hat ja diesen Pullerkuppenhelm. Ah, okay. Ne, ich geb dir einen besseren. Hier. Okay. Hat der noch was hier, der Bruder? Ich meister mal was hoch. Brauchst du die Marken? Brauchst du die Marken? Nö, nö, kannst du nehmen. Ich hab's wegen dir drin gelassen. Nö, nö. Ich hab gedacht, vielleicht brauchst du kannst du die haben. Hab's nicht so mitnehmen. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Oh, und da hat BP-Trenummer. BP? Mhm. U, die ist teuer. Die ist jetzt wirklich mittlerweile besser als BT, ne? Aha. Hier ist PHS. War wahrscheinlich sein einziges Magazin. Ich würd einmal hier kurz noch meinen Arm tacken und dann können wir weiter. Mhm. Ja, war sein einziges. Und dann klotzt mich nur PHS an. Ja. Warte. Warte. Ich muss noch hier voll klippen. Ah, okay. Mhm. Machen wir dann schon mal ein Ibo rein. So. Magaziner in Hülle und Füller. Perfekt. Komm rum denn? Ja. Hier ist. Ich stehe hier direkt oben an der Wampel. Ich hab den Lichtback. Mhm. Was ist das? Du hast immer Licht oder was? Ja, bei mir ist alles hier gerade richtig hell. Aha. Okay, ich geh rüber. Oh, zu spät abgesprungen. Das ist schlimmer als schon allein im Sumpf, Junge, durchs Wasser. Das ist eigentlich nur für Raider. Aha. Das sieht schön aus. Okay, sie können direkt durch. Alter, mutig. Okay, aufpassen. Aufpassen. Hier ist 3. Oh. Das sah lustig aus. Bei mir im Bildschirm. Alter. Ich hab der eine verpasst. Jo. Jetzt machen wir einmal den Strom an. Ah, du hast schon deinen Checkpoint bekommen, ne? Also deinen... Eigentlich müsste ich es haben, ja. Ja, müsstest du. Ne, war doch mal was war denn das? Ungar, genau. Wir müssen bloß noch raus. Ja. Wollen wir auch direkt machen, wenn du willst. Können wir machen hier. Oder wollen wir noch ein bisschen... Ja, wir können uns jeden auf die Kisten komplett mitnehmen. Und die ersten Schränke. Wir können nochmal hier die Zwischentüren alle zuholen. Okay. Können wir auch schon mal da sind. Wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind. Wenn ich einfach auch ganz kurz zu nachzum gehen. Bisschen brechen, ey. Mh. Also war jetzt da was drin. Das ist... 50, 50, ne? Also ich muss... Ich glaube nicht was gehen. Man muss raus. Ne, ich bleib hier im Gebäude sogar noch drin. Achso. Ich bleib... Ich bleib... Ich muss nur hier... Die Rampe hoch gehen. Nach links. Und bis wir fast da. Okay. Irgendwas tryen. Da kommen welche. Wo bist du? Ich bin direkt vor der Haupttür hier. Zwei Spieler Skepsis habt ihr. Okay. Nice. Du bist wieder drin, ja? Ich bin wieder drin. Okay. Ich steck einmal. Ich hab dich nämlich vorne rumtanzen sehen. Das war mir auch nicht sicher. Naja. Ich bin einmal kurz raus. Und dann wieder rein. Weil ich wusste, der eine ist nach links gerannt. Und dann wird die Tür aufgemacht. Ja. Das heißt, den vorderen habe ich weggesprayt und direkt nach links geguckt. Und dann stand da da. Wie eine Eins. Was ist hier? Oh. In Deltens. Ah. Du willst hier kurz eine Sekunde warten und im Büro bleiben? Ich geh dann kurz einmal kurz zum Marken gerannt. Ja. Kann man machen. Okay. Ich renne mal schnell rüber. Schieß auf alles was kommt. Okay. Okay. Hier ist ein Spieler bei mir. Hat mich gehittet. Ich muss einmal kurz weg. Ich komm aber direkt wieder zu dir. Okay. Hör dich. Ich bin über dir gerade. Okay. Ich skipp den Marken. Ich komm wieder zu dir. Ja. Besser ist das. Ja. Lass uns zum Exit. Genau. Lass uns raus. Dann müssen wir eh noch einmal rein. Weil dann habe ich auch Bunker Part 2. Dann können wir zusammen rennen. Okay. Dann komm ich dir gerade entgegen gelaufen. Wo bist du jetzt? Ich bin noch nicht bei dir in der Nähe. Also alles was noch kommt kannst du aktuell abschließen. Okay. Kannst du zu der Generatorseite raus kommen. Also von dem Eingang wo du reingangst rechts rum raus. Warte aber noch bevor du kommst. Ich geh jetzt erstmal da kurz den Generator einnehmen. Wir kommen aus hier ran. Okay ich bin das. So. Okay. Jetzt raus und rechts rum. Da stehe ich dann. Okay. Okay. Dann kommen wir direkt hoch rum. Zum Exit. Ah geil du hast ja eine Lambe. Das hat's. So. jetzt habe ich noch bis zum Exit. Exit-Campfer. Alter. Hast du ihn? Ja. Halt ich mich auch noch. Geiles Lauf. Alter. Klopf nicht da was an. Oh. Heil du dich, heil du dich. Ich habe hier vorne. Ich habe gar nichts abgekriegt. Geiler Typ. Oh, doch, ein bisschen habe ich was. Er hat einen Helm, einen großen Rucksack. Was ist das für ein Typ? Was für ein Level bist du? Level 16 und hängt hier vor der Türe. Warte, mach mal jetzt zu. Alter, ich bin ja erschrocken. Klotzt mich da so eine Mate an, Alter. Hoho. Jungen habe ich den reingelassen. Ich bin auch um die Ecke gepiekt. Dann habe ich gesehen, der vordere liegt. Da habe ich mir gedacht, okay. Ich hätte jetzt andersrum gedacht. Er hat ja den Vorteil für sich. Ja, eigentlich schon. Ich bin wahrscheinlich so schnell rumgekommen, da hat er selber ein Streiche gekriegt. Ja. Das war wie auf Dings. Auf Shoreline vorne. Jaja, diesmal warst du der auf der anderen Seite. Einmal zum Glück. Okay, ich muss langsam raus sein. Ja, kannst schon raus sein. Okay, ich geh schon mal vor. Dann weißt du, ob was vor dir noch kommen sollte. Ja. So. Ja, hier ist auch noch jemand. Oh, Hasten. Ne. Bist du tot? Ne, der hat mich aber fast. Oh nein. Warte. Ich komme hin. Come on man. Come on. Try it. Come on. Come on buddy. Try it. Der ist, der ist gegenüber. Piekt nicht die Tür. Piekt noch nicht die Tür. Okay. Der wird dich sonst holen. Und ich habe auch kein Essen mehr. Kommst du hier ran? Kennst du? Der kommt, der kommt, der kommt. Ja. Let's go. Du stöhnst? Der, mein Mate ist noch draußen. Dann lass den durch. Dann mach die Tür bei dir zu, dann kann der durchrennen. Okay, okay. Bist du hier ran? Okay, komm. Der kommt jetzt. Mach keinen Film, sonst komme ich rüber. Okay. Let's go, let's go, Matze. Ja, ich habe meinen Rucksack nicht. Ich habe alles weggeschmissen. Oh, fuck. Ich muss langsam raus, weil ich sterbe sonst. Ja, mach. Okay, warte. Der kommt jetzt sofort. Der kann aber nicht reden. Gib dem Mann eine Minute, okay? Der nimmt seinen Rucksack und dann geht der. Du kannst auf jeden Fall durchrennen. Ansonsten lass den Rucksack liegen, falls du die Quest mitnehmen willst. Der ist ein Deutscher. Du meinst, ich wollte selber nicht exit campen. Ich habe mich selber erschreckt. Wenn man das glauben kann, ist halt wieder die Frage. Oh, hier ist auch noch einer. Der an meinen Rucksack. Ich komme raus. Ich komme hier rein. Bist du schon am Exit? Ja. Ey, der kommt jetzt. Chill, der kommt jetzt. Da kannst du rauskommen. Ich habe schon den Knopf gedrückt. Okay. Ich bin groß. Ich habe mit dem gewoipt. Ich habe mit dem gewoipt. Kannst du durch? Bist du durch? Ja, ich bin durch. Okay, geil, geil. Ich bin am Exit. Ich stehe hier schon. Sag dem, dass unten noch einer kommt. Sag dem, dass unten noch einer kommt. Er kann nicht. Ja. Er ist wirklich gestorben. Er hat nochmal gerettet. Er hat nochmal gerettet. Er hat nochmal gerettet. Er hat noch gesaved. Boah, Alter. Ich gehe ein. Oh, der Scheißloot. Alles liegt auch da. Da unten war ich. Er wurde sich auch wieder beschossen. Ich wollte gerade mit dem Rucksack holen. Da war schon wieder einer unten, Alter. Ich bin rüber gerannt. Ähm. An diesem Zwischenstück. Mhm. Wo man nach links rüber kann. Und da hat er mich auf einmal richtig hart erwischt. Er so, ich wollte. Und auf einmal schreit er auf Deutsch. Er so, geh, verpiss dich und so. Ah. Er so, ich wollte dich nicht exiscampen. Aber ich hab mich erschrocken. So, okay. So, mein Kollege wartet auch noch da. Dann warte bis er auch raus. Das ist auch alles klar. Bis zum nächsten Mal.